Man wüsst eigentlich genau, wieso es nicht läuft. Wir bringen die Leistung, die wir eigentlich machen könnten, nicht über 60 Minuten. Diese Phase müssen wir durch. Jede Saison ist wieder ein Prozess. Es sind 50 Spiele in der Qualifikation, wo jedes Spiel ein Zwischenziel oder Zwischenetappe ist. Es ist klar, wenn die Mannschaft Goal braucht, dann bin ich auch gefragt. Und von dem her bin ich sicher auch im Zwang und ich fordere auch von mir, dass ich ein bisschen mehr Goal machen und ein bisschen mehr der Mannschaft helfen kann. Wir sehen es jetzt als Herausforderung, als Challenge. Den Widerstand müssen wir dagegen kämpfen und aus diesem Widerstand herauskommen. Die Base, die wir im Moment haben, das ist bitter. Wir haben viele Punkte auch liegen lassen aus Eigenfehler. Das ist schade. Aber nichtsdestotrotz, es ist noch ein langer Weg. Wir müssen immer wieder vorwärts schauen. Und wir freuen uns auf die nächste Chance am Samstag.